Die Wittertranszesse von Kaiserslautern. Bei den Zugängen haben wir Abiyama, Stylkowitsch, Rohnstadt, Karloch, Simakala, Touré und Himmelmann. Und bei den Abgängen haben wir Beuth, Lute, Lobinger und Durm. Die Zugängen kosten 285.000, die Abgänge geben 100.000. Also haben wir minus von 185.000. Ich gebe jetzt den Transferfassen von Kaiserslautern, insgesamt eine 2 bis 3. Was denkt ihr?